Jode Rittiri, Jai Ho Ho E, Jai Ho Tri Ho Da Ro, Jode Rittiri, Jai Ho Ho E, Jai Ho Ho U Lio. Wir freuen uns auf Lebendigkeit und Natur pur bei unseren vier Tagen im Ayurveda Hof Engel. Und das ist eine herzliche Einladung an alle, die Lust haben, mit uns die Natur zu vertonen, unsere eigene Stimme mehr zu entfalten und uns in einem Geist von Gleichgesinnten zu verbinden. Ja und dieser Jodler, der ist für dich, lieber Ayurveda Hof Engel. Wir freuen uns voll, dass ihr eure Pforten für uns öffnet und dass ihr uns mit leckerem Essen verwöhnt und dass wir die Natur bei euch vertonen dürfen. Bis bald! Tschüss! 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 Vielen Dank.